Niestypen die jeder kennt. Der schüchterne. Was ist los mit dir, ja? Nicht so richtig. Warum schämst du dich, ja? Der, der in sich hinein niest. Gesundheit, 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 Gesundheit. Der Niesanfalltyp. Das Mädchen. Der Afrikaner. Ah, das war ein Giftfall, du Ekliger. Du Spast, Alter. Der, der seinem Freund ins Gesicht niest. Du Ranziger, du Keck. Dein Ernst? Warum lachst du du Spast? Richtige Ruhe, Alter. Der, der mit seinem ganzen Körper niest. Ey, Digga, du bist richtig behindert, ja? Doch, doch, doch. Ihr Körper sah schon aus wie eine Ameise, ja? Der, der gar nicht niest. Der aggressive Nieser. Gesundheit. Gesundheit, Bruder. Was? Gesundheit. Was ist dein Problem? Ich meinte nur Gesundheit. Was ist dein Problem? Ich meinte nur Gesundheit. Der Niesfurzer. Das Mädchen ist schon... Ja, ja, ist nicht schon heiß. Einmal... Bruder, dein Ernst? Ist dein Ernst, du Ekliger? Du niest und furzt? Es war außer... Es war außer... Du Ranziger, wir sind keine Freunde mehr. Ich schwör, es war außer... Es sind keine Freunde, du Spast. Keck, Alter, ekliger. Der Nies-Schläger. Bruder, ich höreste, ihr Kopf war so groß wie ich drüge, ja? Krass, krass. Hardcore, Dikas. Bruder, tut mir leid, Mann. Ich schwöre... Wenn ich ließe, muss ich mal jemand klatschen, ja? Ich weiß nicht warum. Ich schwöre, es tut mir leid. Bruder, du ekliger, richtiger... Warum fliegst du mich, ja? Ah! Junge, ist dein Ernst? Bruder, ich schwöre, es tut mir leid. Ich schwöre es dir, Bruder. Du Kacke, Alter. Stoß mich, du Kacke!